ja liebe leute willkommen zurück bei GREAT und weiter geht es heute mit dem finale in der season 1 oder in der saison 1 je nachdem wie ihr das lieber habt starten wir heute mit der pro service reno r26 mit vier rennen und dann geht es ins gruppenfinale der pro racing und dann geht wir da mit der ab nächste woche dann mit der pro mit dem teil der zweiten die mit der saison 2 mein gott jetzt spricht deutsch mein gott gucken wir mal lackierung wir können ja mal gucken ob man das auto kriegen so kann man hier schön jetzt haben wir irgendwas schönes was uns die sieht aber auch cool aus die lackierung ja die nehmen wir doch mal kommen gehen wir mal auf die rennstrecke wir fangen an mit den dianapolis und zwar den spot circuit in der wie wirst variante hier sind wir nun mit der ersten runde kristen was denkst du es ist das eröffnungs rennen und ich glaube wir werden sehen wer hier ist um die konkurrenz kennenzulernen und wer von anfang an dominieren danke kristen es dauert nicht mehr lange und das eröffnungs rennen kann losgehen bleiben sie dran ja auf geht's nur ja wir stehen relativ weit hinten sind die kollege davor der links mit dem grünen symbol das ist ja der neue kollege so jetzt wurde ich wieder ein bisschen umgewöhnen weil ich habe der ganze weile nie vor speed gespielt habe wurde mir jetzt ein bisschen umgewöhnen zu mit wieder dass wir hier kein nitro haben pass auf du hast einen deiner gegner zu da hat er dann wenn man übernösen spiel ich das spiel ich dann mal mit wenn er mich die ganze versuch zu rammen dann habe ich noch mal so viel und nochmal jedenfalls dass diese stecke wir gehen in führung ich habe diese kurse der formel 1 verzeiht das sind 6 oder 5 je nachdem ich habe diese kurse gelieft war einer meiner lieblings kurse tolle erste runde du bist in führung so na wir gehen nach führung in der runde 2 feldsteigung mit bahn 311 aber die sollte uns hoffentlich jetzt gleich unterboten werden oder von uns unterboten werden ja heute auf jeden fall die ich hier fremden noch morgen noch und natürlich haben wir die season one hat akte gelegt dann wird es nächste woche am mutag weiter mit der zweiten die zweite vision hilfe und dann haben wir immer noch gar das ende von wird erreicht dann gibt es etwas gekostet dann weiter so am ende sind drei minute drei als vernein ist das Ich versuche aber schon mal eine Minute gedrückt bekommen die Runde Und unser Ziel ist natürlich auch das Bug-Table noch so weit zu erreichen Ich vermute, dass es in 99 ist Ja, wir sind weit rausgekommen Wir sind alles zu verabschieden Ich bin ein Schall, aber Ich bin ein Schall 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 Schauen wir mal gleich um das, ob ihr euch rauszubekommt, ich vermute das wir gleich kriegen ja, das war nicht die Lage ab und zu, ich hab da einfach versucht mal. Ah, das weiß ich jetzt gerade nicht, ob wir eine Strafe gekriegt haben. Okay, Gewinnkürzung, nur die Gewinne, vier Sekunden, okay, ja egal, sei es drum, jetzt haben wir vier Sekunden Zeitschrafe bekommen, am Ende waren es trotzdem noch zehn Sekunden, die wir Vorsprung hatten. Ist ja jetzt, ist letztendlich egal, erst mal. So, auf jeden Fall haben wir das erste Rennen schon mal gewonnen. Und wir sind Rang 93 jetzt mittlerweile schon. So, zweite Rennen ist Silverstone. Und zwar die Grand Prix Variante 2009. Na ja, schauen wir mal. Ein bisschen schüttelt es mich gerade. Na ja, ja, ist schon. Hallo meine Damen und Herren, ich höre schon eine Menge Jubel. Wie wäre es mit ein bisschen mehr für Kristen hier? So, los geht es, Rang 8, bis der Startsatz. So, auch hier sind es vier Runden, die uns ja bevorstehen. Aber ich starte nicht von dem Original von Geheimdiskuss, sondern nur... Okay, war klar. Sorry, die Woche. Da wird jemand nicht glücklich sein. Okay, du willst auf jeden Fall mit mir ein bisschen Nerger aus. Na ja, wir haben es auf jeden Fall schon mal Entführung gebracht. Weil hier geht nämlich auf die Seite der Formel 1. Ich bin wieder in Kraft. Der gibt auf jeden Fall nur der Formel 1 kurz lang, weil hier ist eigentlich der Original. Ich bin zieht gerade. Okay. Jetzt geht es gegen den Runde 2 gleich. Guter Start. Bleib an der Spitze. Jetzt sind es schon sicher, dass wir uns nach vorne verhauen. Also die Strafe waren die vier Sekunden, die eigentlich finde ich auch nicht relevant waren. Daher ist es ja herzlich egal. Dass wir hier zwei Sekunden bekommen sollten, ich glaube, wir sind uns in den nächsten paar Sekunden doch... Äh, zwei Runden oder eine vorhin. Zwei Runden sind es doch... Äh... Das wäre jetzt so abgesetzt, ...dass wir auf diese Strafe übergehen können. ...dass wir uns gleich in Runde 3, also es ist nicht die vollste Runde 5. Okay, du hast gerade die Hälfte des Rennens absolviert. Dafür gibt es jetzt keine Strafe, das ist aber auch klar. Ah, jetzt keine Abkürzung, da bin ich ein bisschen weit rausgekommen eigentlich nur. Und jetzt ist der Kollege, der hat irgendwie die Zeit gar nichts zu melden. Das soll er auch machen. Da kommt da überhaupt nicht durch. Das war jetzt wieder nicht drauf. Ach, Mann, das ist doch eine verblüte, unnötige Aktion. Ich bin der Fisch her. Ich muss noch ein bisschen anbrennen hier. Bleib in Führung. Letzte Runde. So, wir sind immer wieder in der letzten Runde mittlerweile. Danach geht es weiter, dann ist wieder der dritte Versammel. Und der dritte Versammel ist der dritte Versammel. Er rückt auch nicht im Vorfall auf der dritte Versammel. Er rückt auch nicht auf der dritten Versammelkampel Abkommen. Das war's. Dann sind wir auch mit dem zweiten Lauf durch. Die Frage ist, was kriegen wir diesmal wieder für Strafen? Keine. Doch, vier Sekunden haben wir gekriegt. Aber wir haben nicht die schnellste Runde geschafft. Wir haben es nicht jetzt geschafft, auf die schnellste Runde zu kommen. 1.24. Der Bestellzeit. 1.23.960. Der Zweitbeste 1.24.084. Ja, und die 1.8 hat auch noch ein anderer Kollege kaskiert. Bei der 1.4 ist gleich sogar viermal vertreten. Oder? Ne, dreimal. 1.4. Ja, gut. Die sind alle ziemlich nah beieinander. Okay, da hätte ich gedacht, vielleicht hätten wir ein bisschen stiller fahren können. Okay, egal. Sei es drum. Ich bin nicht so heiß auf die schnellste Runde. So, zweiter, äh, dritter Lauf. Okay. Ja,终ier. Okay. All right. So, kurz, dritter Lauf, dritter Lauf, ja. So, diesmal sind wir zu Gast in Sepang, mit der vollen Strecke, jeweils wieder vier Runden. Und vor uns steht, unser weiterer Teamkollegist, es kommt zwei oder so, richtig sehr. So, let's go. Wir stehen vom Gartenstab finden. Wir wollen das nicht. Die Leute, die wir vorarbeiten, sind schon auf Stift, da sind wir schon wieder dran an uns. Wenn ich den mal der Kott in die Außenlinie. Halt dich zurück, du hast jemanden so Weißblut getrieben. Ja, das war übrigens verpett, weil er abgestallt. Ich wollte den eigentlich nur wegabmachen, also ich wollte so Weißblut dran, dass er dann fahrten geht, das ist dann zumindest... Der Teamkollegist wird durchziehen, kann ich den Zweiter momentan, sorry, dass ich das gerade jetzt mal ein bisschen... Ach komm schon, da habe ich den Zweiter... Das ist keine Straße. Ja, da habe ich ein bisschen weg und begrutscht. Und wir tragen hier nur auf Platz 10, das ist natürlich... ...nicht so gut. Wir gehen jetzt mal gerade ran. Wir sind jetzt auf 7 wieder vorgetragen. Wir gehen momentan auf 3. So, jetzt gehe ich mal schön weit innen vorbei an meinem Kühlkollegen. So, jetzt fahst du nach vorne. Und, ja, ja, mein Kollege hat ein bisschen zu kämpfen gerade. Wir gehen jetzt in die dritte Runde. Du hast die Hälfte des Rennens hinter dir. Und, ja, ja, die sind in der dritte Laufschule. Können wahrscheinlich sogar mit der Sprache abbreiten werden. Aber wie gesagt, vielleicht sogar ein bisschen zu recht gerade. Da ich schon teilweise die AG-Sicht in zwei, drei Leute gefahren bin. Aber nur um unseren Kollegen wieder nach vorne zu helfen. Naja, jetzt schauen wir mal vorbei. Vielleicht haben wir ein bisschen mit. So, irgendwas für mal, wenn ich mich überreden darf. Dieses werden wir an. Jetzt habe ich mich weit rausgekommen. So, es geht in den letzten Lauf. Letzte Runde, bleibt es zu Ende in Führung. Wir haben ja keine Meisterschaft für. Letzte Runde, sorry, es ist ja nach der Anlauf. Sie sahen sich aber auch ganz gut aus, dass wir hier diesen Gerier vor uns entsprechen. Die nächste wird relativ kurz werden, das kann ich euch versprechen. Und dann weiß ich noch nicht, was auf mich zukommt. Oder auf mich zukommt. Dann kann ich mich da glaube ich, kann ich mich nicht. Hab ich schon gesehen. Jetzt müssen wir erstmal den ersten, die süßen Morgen wegarbeiten. Dirk, warte mit dem Morgen den Tag endet. Upsa. Dann bin ich ein bisschen weit weg und wo aufs Gras gekommen. So. Dann bin ich gleich zwei vorgearbeitet. Solange ich mich da hinten ein bisschen bekriegen, aber er kann mir auch abwissen. Und es ist mir das jetzt nicht egal, weil dadurch sind wir vorne immer weg. So, gleich geht es in den letzten Koffer, letzte Runde. Und das war... Wollen wir auch einlaufen. Ich habe es aber nicht gekriegt. Das ist etwas nützlich. So, check. Schaffen wir es tatsächlich mal ohne Strafe durchzukommen. Nein. Oh Mann. Die Rennennung hat es aber gerade echt mit mir. Die denken sie mich auf den Aureiter schon wieder eine Strafe geben. Na okay. Naja, wenn immer sei es halt. War leider so. So. Okay, letzter Lauf, liebe Leute. Prinz Hedge, Kurzstrecke, sechs Runden. Und wir gehen von Platz drei aus dem Ziel. Äh, jetzt... Ziel, jetzt rennen natürlich. Es geht in die alles entscheidende letzte Runde. Christen, was denkst du gerade? Das wird... Gut, auf geht's. Ich verliere da mal schon eine Position, also... Der hat zu der auch schon ein bisschen vorbeigearbeitet ist. Und warum du mich auf den Service des Grab zu drücken, das hast du mir auch nicht geschafft. Ich hab' den kaputt gemacht. Ja, da war ja ein bisschen Gas zu haben, aber das Verlager haben wir jetzt gerade gemacht. Mit der Bereute, wir mal jetzt mit einer großen Mücke, da erfährt. So, jetzt bitte mal ein Fach oder ein Rennen ohne irgendwelche blöden... Zeitstück, äh... ...ra... ...verkommen. Und von natürlich an den Nächsten. Da kam natürlich jetzt... ...und der Super-Stopp-Position verloren. Und gehen als... ...siebster in die... ...zwei... ...und die zweite Runde, also... ...zweiter Runde. Du hältst gut mit. Kann ich mir da bitte konzentrieren, da will ich gerade... ...vorsicht! Du hast dieses Auto einmal zu oft gewandt. Die Pärchenbildung hier vorne. Naja, so viele Kollegen haben immer kassiert gerade, aber... ...wir müssen sich wieder ein bisschen vorarbeiten. Drei Autos sind tot. Das sind halt nur diese drei. Und die sich hat auch wieder alles nicht zu sein. Wir haben auch gerade echt nicht... ...zwei... Noch vier Runden. Wow, Alter! Da muss ich gerade ein bisschen trennen... ...härter Bremsen... ...und so vielleicht demnächst hier vorne. So, wir gehen mit Führung... ...bisschen Glück sind wir mal... ...und dann am Rücken... ...und so weit gekommen. Sorry, Kollege, auf dich kann ich jetzt... ...sich mal keine Rückzug nehmen... ...misschen von eigenständig... ...um die hier zu fahren. Wir gehen gleich in die vierte Runde. Jetzt ist es nicht die letzte... ...in der... ... ihr seht ja... ...unreich... ...dass wir sechs Runden abzuh... ...äh... ...zu aktivieren haben. So. Das war die Hälfte des Rennens. So, jetzt gehen wir... ...und gleich Fehler wieder... ...versuchen wir mal wieder auf den Weg zu kommen. Jetzt sind es noch zwei Runden... ...abarbeiten. Aber wie gesagt... ...wir haben noch zwei Runden... ...mit denen uns... ...auch wieder was zu führen können. So. Gehen wir mal rein... ...in die letzte... ...Runde... ...für heute... ...für euch... ...für mich. ...und... 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 ...undnehmer! So, dann hat's... ...liebe Leute, das Thema ist... ...gegessen. Schaffen wir mal eine Bestzeit... ...jawoll, haben wir. ...wir haben wir noch mal eine... ...New Bestzeit gest捏ht und kriegen wir noch mal gute... ...325... ...teausend... ...QENDS... ......., ...und... ...Das erste Mal ein Rennen ohne... ...Zeltstrafe. Trotz des großen Fehlers... ...undfer schuldeten Fehler... ...boroge ich bin jetzt zwar nicht... Ich bin ja nicht ganz... ...äh... Daher ist mir jetzt egal. So. Okay, gut. Ja, das haben wir durch. Unser Teamkollege war nicht mit dabei. Und jetzt haben wir das Finale der Season 1. Und wir sehen uns morgen wieder um 14 Uhr.